Hallo, heute sind wir bei Boulevard Bubble Festival. Gleich zeigen wir euch, was es hier läuft. Musik Was bedeutet Ihnen die Liebe? Mir bedeutet die Liebe, Zeit zu teilen, mit Menschen in Harmonie etwas zu schaffen und das gemeinsam. Mir bedeutet die Liebe sehr viel und generell bedeutet Liebe für mich, mit Menschen alles zu teilen. Im Kern ist es das wirklich Allerwichtigste und obwohl viele sagen, Liebe ist jetzt irgendetwas ausgelutschtes, irgendwas, was jeder schon mal gesagt hat und ganz anders interpretiert hat, finde ich immer noch wichtig, dass wir an die Liebe halten. Egal wie man das definiert. Ich habe noch nie etwas Schlechtes gehört, was mit Liebe in Verbindung gebracht werden kann. Die Liebe bedeutet für mich alles und dass möglichst jeder auf der Welt jemanden findet, den er schön lieben kann. Freunde, Familie, Tiere. Ja, ich glaube ohne Liebe würde auf der Welt alles schief laufen. Rechtsweg, Toleranz. Ja. Vertrauen und gegenseitig unterstützen. Ruf, die Ausrede, die ich in Deutschland bin. Geborgenheit und Zusammengehörigkeit. Es waren alles ganz gute Punkte, da kann ich nur zustimmen. Die Liebe. Liebe bedeutet für mich, Verständnis füreinander zu zeigen und einander zu helfen. Ja, einfach füreinander da sein, ja, Vertrauen. Naja, die Liebe ist ein Stück von Leben, also hat große Bedeutung. Was bedeutet Ihnen die Liebe?